Musik Ho ho ho! Was macht ihr denn da? Schlitzchenbacken Die Kritte anhalten, ich will den Rest zu kneten Ah, den Rest wird zu kneten? Ja Okay, dann halt auf Und jetzt auf Ja, auf, wie? Das runterholen Lass dir raus am besten Dann kommst du besser runter Sieht aber sehr gut aus Läuft Sehr schön So, jetzt musst du den kneten Und dann können wir den gleich als Krätzchen in Form gießen Süß, ne? Oh, der sieht aber gut aus, der Teich Die kneten Der Backofen ist schon warm Sehr gut Cabina, hier Mach die Nüsse raus Leg ein paar Nüsse hier Cabina Aua Warum nimmst du es nicht? Kannst du nicht fangen Kannst du nicht fangen? Haben wir So, die Nüsse dekoriert haben, alles Sonst kommt der Weihnachtsmann nicht Der Weihnachtsmann kommt nur in Häuser, wo alles perfekt ist Der Weihnachtsmann steht doch grad vor mir Wo ist denn das Nügelholz? Wo ist denn das Nügelholz? Haben wir nichts zum Ausrollen? Ja Na Muss man halt ein bisschen suchen, ne? Da! Wow, bingo, bingo Was kannst du jetzt aufpassen? Welches kannst du? Kann ich aufpassen? Komm, hier, so Du siehst Mein Gott, hier Kannst du nicht mal was fangen Dex, was sagst du dazu? Dex 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 Sing mal Dex Sing Oho Papa, ich könnte dich wirklich Guck Dex 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 Wow Die sind aber lecker Ich brauch jetzt schon noch einen Teller Ja Und hier Und dann müssen wir da Und dann kann ich sie da mit dekorieren Ja Das ist so wie, ja, so wie Zucker Und hier Und jetzt habe ich noch mehr Die ich mache Ja Ich glaube die sind im Kühlschrank Weil ich habe erstmal den Kühlschrank Das war auch lieber Puderzucker, oder? Ne, weil ich mache es doch gar nicht Aber was ist was? Das ist dieses Zucker Das misst du dann mit so Wasser Und dann wird das Ah, okay Dann kannst du die halt die Pille dann zusammen machen Okay, brauchen wir noch einen Teller, ne? Ne, alles gut, lass das mal so Wir müssen jetzt mal ein bisschen abkühlen Mhm Okay Okay, ich lasse die mal abkühlen Okay, dann machen wir noch die anderen Gehst du mir dabei? Ja Ja Oh, sind die gut Ich mag ja am liebsten, dass die so ein bisschen Wie so braun und rohlich ist Ja Mh, mh Mh, mh Mh, mh Okay Hier Da braucht es sehr viel Mehl drauf sein, weil es sehr, weil es klebt sehr viel Viel Mh, mh Ich will noch mehr Mh Mh, mh Ja Sie haben wir so, dass er Hümmen Es gibt ja die nicht mehr Ich möchte nicht mehr Die Mh Die Ich habe den Teggiback. Was willst du denn? Ein Teggiback? Ein Fisch. Ein Fisch. Schwer, oder? Ja. Ein Fisch. Der zweite. Den Fisch. Jetzt wird das oben. Normalerweise kapier ich das nicht. Ich mache einen Stab. Der deinen Namen trägt. Du hast schon einen Kante gar nicht geschickt. Papa komm, guck. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Zucker drauf. Das waren wir hier. Warte, warte, warte. Wir machen hier aus dem Restaurant. Na. So. Probier mal eins. Schatz, bitte. Probier mal. Robert, probier mal. Warte doch, es ist etwas gefallen. Ich hasse Nüsse. Nein. Oh ja, das ist auch gut. Hat er recht. Papa ist kreativ. Nee, du darfst nicht machen. Nee, weil du machst, guck mal, wie passt dich das rein. Du machst ja keine Nüsse. Da ist ein Weihnachtsküttchen. Papa, aua. Papa, probier ein Fisch. Bitte. Du machst nur Hubbel rein. Das ist ja wie Schlaglöcher hier. Mach mal langsam hier, guck. Papa willst du ein Stück? Ja, muss er probieren. So, was? Ja, probier mal ein Fisch. Papa. Lecker. Mh. Ja? Mh. Richtig gut. Mh, die schmecken aber gut. Mh, wer hat die denn gemacht? Ich hab sie gemacht mit der Fanaya. Mh. 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 Hast du Spaß? Ich würde auf jeden Fall ein Chiliplätzchen machen. Mach mal einen Chiliplätzchen. Baka, ich zeige dir, wie das geht. Chili geht so. Wer soll das essen? Weiß nicht. Das ist halt das Beste von allen. Ich rumma rum, Papa. Jetzt musst du das rumschneiden, sonst sind die anderen geschehen. So. Nein, nein, das ist alles gut. Nee, Papa. Boah. Aber keiner wird wissen, welche der ist. Nee. Und das ist gefährlich. Okay, das ist wie russisch Roulette. Ich esse keine Kekse mehr. Ich auch nicht. Stimmt. Ich esse nur noch die mit dem Zucker hier raus. Nee, ich esse nur noch die Schmetter. Ja. Ja. Okay, ja. Ich esse alle, nur noch keine Pfanne mehr. Aber das sieht man doch, Papa. Ja. 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 Robert. Jetzt hast du alles unter den Fingernägen. Jetzt kannst du gleich zur Manipüre gehen. Oder was? Können wir machen? Zwei Augen. Zwei Augen, eine Nase und eine Mund. Na und? Okay. Okay. Haaaaaaah. Okay, das ist jetzt nicht gut gelaufen. Okay, ein Augen. Okay, vergesst. Okay, vergesst. Bye.